Seit tausend Jahren tobte der Krieg. Draußen in den Ringen der Galaxis und jenseits von ihnen in den dunklen Weiten des Alls, trugen zwei fremde Zivilisationen ihren ewig währenden Konflikt aus. Benachbarte Rassen sahen zu und suchten nach dem Grund all der Kämpfe, doch sie fanden keine Antwort. Diejenigen, die sich zu nah heranwagten, wurden selbst in den Konflikt gerissen und schnell im Feuer der Schlachten aufgerieben. Wir lebten in Frieden und Fülle. Wir ahnten nichts von dem, was uns erwarten sollte. Als die ersten Handelsschiffe verschwanden, schenkten wir dem nur wenig Aufmerksamkeit. Doch als sich die Raumhäfen leerten und wir die verschollenen Crews nirgends finden konnten, begannen wir zu ahnen, was uns bevorstand. Bewohner der äußeren Kolonien bestätigten das Unfassbare, bevor sie verstummten. Für immer. Ein Schatten schwarz wie der Tod, hüllte das ganze System ein. Mit den ersten Flüchtlingen kamen die Geschichten von Vernichtung, Plünderung, Terror. Welten, die ihrer Güter beraubt und deren Bewohner ermordet oder versklavt worden waren. Der Shadow Master war gekommen, um sich unsere Welten zu nehmen. Unsere letzte Hoffnung stemmte sich der Dunkelheit entgegen. Ganz allein. Dr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017